Musik Doch um für die Stiftung George Crow aktiv zu sein, braucht ihr nicht nach Costa Rica kommen. Ihr könnt das auch bequem von zu Hause aus gestalten. Das Einzige, was ihr benötigt, ist ein Laptop oder Tablet oder ein Internet-gängiges Smartphone. Und ja, dann gibt es ein paar Einführungsmessens und das war es dann schon. Ja, das ein oder andere Buch des Lebens wäre zu Beginn zu lesen, um euch über die Materie ein bisschen näher zu informieren. Und dann steht, euer Karriere als Content Manager, als Sales Manager oder Botschafter für die Stiftung George Crow nichts im Wege. Beteiligung zum Beispiel an den Büchern ist zu 80 Prozent, 60 mindestens. Und bitte, ein normaler Buchladenskonto, also Händler-Konto ist 30 Prozent. Also wir geben unseren Erfolg wirklich an euch weiter. Und ja, von irgendwo, wo auch immer ihr seid, mit Internet oder ihr kommt direkt hier nach Costa Rica. Wir helfen euch ein bisschen, euch wiederzulassen und es kann auch nichts. Und dann gibt es so, wiederzulassen und es kann doch ganz alles, was ihr habt. Vielen Dank.